Erwin hat mir eine Postkarte geschrieben, fuck ey, die Oldschool. Aber er hat mir eine Oldschool-Postkarte von... Ich geh dann, ja, meine Fresse, ey. Leck mich da mal. Ich komm dann mit dem Satz nicht richtig klar. Ne, ich muss anders anfangen. Wenn du weißt, wo Erwin steckt, dann gib schnell die Lösung bei www.sport... Moment, warum sag ich... Ach so. Gott sei Dank bin ich Fußballer, ey. Schauspieler wäre ich niemals geworden.